Hi! In diesem Fachbeitrag geht es um die Philosophie von Gottfried Wilhelm Leibniz, dem berühmten Universalgenie der Neuzeit und frühen Aufklärung. Leibniz war längst nicht nur Philosoph, sondern auch Erfinder, Jurist, Mathematiker, politischer Berater und mehr. Einen Eindruck von seinem vielseitigen Leben vermittelt etwa das Werk »Leibniz – Newton und die Erfindung der Zeit« oder auch die umfangreiche Biografie der berühmte Herr Leibniz. Hier behalten wir den Fokus auf der Philosophie, dazu nehmen wir Leibniz' Monadologie und andere metaphysische Schriften unter die Lupe. Wir ziehen unter anderem aber auch die Habilitationsschrift »Leibniz Weg ins perspektivische Universum« des Philosophieprofessors Hubertus Busche zu Rate. Alle Literaturangaben finden sich auch im Skript zum Beitrag, das ist unten verlinkt. Los geht's! Leibniz wird 1646 in Leipzig geboren. Bereits in seinen Frühschriften in den 1660er Jahren, da beschäftigt den damals noch Teenager das Geheimnis des fleischgewordenen Geistes. Hm. Leibniz deutet diesen Geist – aufgepasst, ist direkt wichtig – als einen unsterblichen, beseelten Punkt. Busche erklärt »In diesem lebendigen, rein intelligiblen, also nur durch den Intellekt oder Verstand erkennbaren Punkt, der kein Objekt empirischer Beobachtung werden kann, habe der junge Leibniz die vollkommene, widerspruchslose Versöhnbarkeit von traditioneller Geistmetaphysik und neuzeitlichem Weltmechanismus erkannt.« Mit dem »Weltmechanismus« ist die mechanische Naturerklärung der »Neuzeit« gemeint, über die ich ausführlicher im Beitrag »Substanzdualismus seit Platon« spreche. Hier haben wir auch schon das zeitlebenswichtigste Arbeitsfeld von Leibniz, nämlich der Versuch einer Harmonisierung der »mechanischen Naturerklärung« mit der »religiösen Weltdeutung«. Dieses Ziel verfolgt er nicht zuletzt, damit man nämlich den Geist allmählich befreit von den falschen Vorstellungen der breiten Masse der Cartesianer – also der AnhängerInnen des Philosophen René Descartes – über die Materie, die Bewegung und die körperliche Substanz. Sobald der Geist eingesehen hat, dass man aus jenen Größen nicht die Regeln der Kräfte und Tätigkeiten ableiten kann und dass man geradewegs entweder seine Zuflucht zu einem »Deus ex machina« suchen muss oder aber ein höheres Prinzip in den Körpern einsehen kann. Dieses höhere Prinzip in den Körpern ist es, was Leibniz ab 1696 als »Monade« bezeichnet. Gemeint sind mit Monaden eben jene beseelten metaphysischen Punkte, die eine zentrale Rolle in Leibniz' Gesamtwerk spielen – von seinen Frühschriften bis hin zur Monadologie kurz vor seinem Tod. Inspiriert wurde Leibniz zu dem Monadenbegriff und seinen philosophischen Ansichten überhaupt von der englischen Philosophin Anne Conway. Die Monadenlehre ist nicht von Leibniz selbst veröffentlicht worden. Vielmehr scheint er sie für die Nachwelt geschrieben zu haben. In §1 heißt es sogleich »Die Monade, von der wir im Folgenden sprechen werden, ist nichts anderes als eine einfache Substanz, welche in die Zusammengesetzten eingeht – einfach, d.h. ohne Teile.« Die Monadenlehre bleibt in ihrer knappen Paragrafenform leider rätselhaft und liefert zu ihren Thesen kaum Begründungen. Selbst die punktuelle Struktur der Monade wird in der französischen Fassung nicht erläutert, sondern allenfalls angedeutet, wenn vom point de partie die Rede ist. Daher gilt es, Leibniz' Ansatz in einem größeren Kontext zu betrachten. Zu Beginn ist es sinnvoll, die Bedeutung dessen zu klären, was Leibniz mit »Monaden« als einfachen Substanzen meint, denn darauf baut sein gesamtes System auf. In der zeitnah zur Monadologie entstandenen Schrift »Auf Vernunft gegründete Prinzipien der Natur und der Gnade« von 1714, da definiert und differenziert er Substanzen wie folgt. »Die Substanz ist ein Sein, das der Handlung fähig ist. Sie ist einfach oder zusammengesetzt. Die einfache Substanz ist ohne Teile, die zusammengesetzte Substanz ist die Ansammlung von einfachen Substanzen.« Zum Realitätsgehalt einfacher Substanzen findet sich in Leibniz' Brief an den kartesianisch geprägten Philosophen Burckhardt der Folder von 1704 folgendes Argument. Erstens, was in vielem geteilt werden kann, besteht aus vielem oder ist zusammengesetztes. Prämisse 1. Zweitens, was immer ein zusammengesetztes aus vielem ist, ist ein solches allein aufgrund des Geistes und hat keine Realität, abgesehen von einer geborgten Realität dessen, woraus es zusammengesetzt ist. Prämisse 2. Ergo, was geteilt werden kann, hat keine Realität, solange es nicht etwas enthält, das nicht geteilt werden kann. Zusammengesetztes hat keine Realität, außer derjenigen der Einheiten, die darin enthalten sind. Konklusion. Leibniz schließt von der Existenz von Zusammengesetztem auf die Existenz von Einheiten als einfache Substanzen. Monaden, vom griechischen Monas, Einheit. Allein solchen Substanzen schreibt er Realität und Handlungsfähigkeit zu. In seiner metaphysischen Abhandlung von 1686 heißt es über jedwede Substanz, dass sie nur durch Schöpfung anfangen und nur durch Vernichtung vergehen kann, nicht teilbar ist und somit ihre Anzahl weder vermehrt noch vermindert, wohl aber oft transformiert werden kann. Wenn wir noch weiter zurückgehen, dann findet sich in der Schrift »De Transubstantiatione« von 1668, mutmaßlich, die entscheidende Definition von Substanz. Transubstantiation ist der theologische Fachbegriff für die Wesensverwandlung von Brot und Wein zu Leib und Blut Jesu Christi. Darüber schreibe ich im Blog noch etwas ausführlicher. Das ist jenes Thema, aufgrund dessen die katholische Kirche Anstoß genommen hat an der Substanzenlehre von Descartes und dessen Werke indexierte. Denn gemäß der kathesischen Physik ist eine körperliche Substanz, z. B. ein Stück Brot, nichts anderes als ein Stück Materie mit einer bestimmten Ausdehnung. Sollte sich die Substanz des Leibes Brot – und zwar real, nicht nur symbolisch – in die Substanz des Leibes Christi verwandeln, dann müsste die Ausdehnung ebenfalls eine entsprechende Verwandlung vollziehen. Genau dies bestreitet aber die katholische Lehre. Sie besagt, dass sich ausschließlich die Substanz verwandelt, während die spezifische Ausdehnung unverändert bleibt. Offensichtlich operiert die Kirchendoktrin mit einem metaphysischen Modell, das die Substanz als einen auswechselbaren, von der Ausdehnung distinkten Kern eines Gegenstandes auffasst. Wie ist es also um Leibniz' metaphysisches Modell in dieser Hinsicht bestellt? In »De Transubstantiatione« beschreibt er Substanz als ein Seiendes, das durch sich selbst besteht, ausgezeichnet durch Eigentätigkeit. »Nun bestehen aber bloße Körper gerade nicht durch sich selbst, sondern durch andere, da sie aufgrund ihrer Trägheit alle Bestimmtheit wie Größe, Figur, Ausdehnung oder Bewegung durch andere Körper erhalten«, so Busche. Die Substanz identifiziert der junge Leibniz mit dem Seienden, welches das Prinzip der Tätigkeit in sich hat. Und er schreibt eine solche Eigentätigkeit noch ausschließlich dem menschlichen Geist zu. Doch er bemerkt, dass jede Tätigkeit eines Körpers auch mit dem Prinzip der Bewegung einhergehe. Folglich habe kein Körper, abgeschnitten vom mitwirkenden Geist, das Prinzip der Tätigkeit in sich und sei somit auch keine Substanz. Der Umkehrschluss lautet, Substanz ist die Vereinigung mit dem Geist. Und so wie die Substanz des menschlichen Körpers die Vereinigung mit dem menschlichen Geist ist, ist die Substanzvernunft mangelnder Körper die Vereinigung mit dem universalen Geist oder Gott. Diese Vereinigung mit einem Geist ist also das, was die Definition der Substanz ausmacht. Noch weiter in Leibniz Leben zurückgehend zu einer Zeichnung, die als die Urfassung der Monadenkonzeption gelten darf, entstanden um das Jahr 1663, da lässt der vermutlich gerade mal 17-jährige Leibniz einen wichtigen Aspekt der punktuellen Struktur seiner einfachen Monaden durchblicken. Diese Zeichnung aus der Jugendzeit veranschaulicht den menschlichen Geist als im Gehirn zur lokalisierende geometrische Struktur. Verkürzt und vereinfacht formuliert, ein Fünfeck, entsprechend der fünf Sinne, darin eingefasst ein Kreis für die Sinnensphäre, deren Reizung eine notwendige Bedingung für Empfindungen ist, und darin ein innerer Kreis für den Verstand bzw. die Intellektualsphäre. Innerhalb dieser Sphäre strahlen feine Radien aus dem rein intelligiblen mathematischen Mittelpunkt in den physischen Punkt aus, der durch den Horizont der Intellektualsphäre begrenzt ist. An deren Peripherie werden die Radien, die den Tätigkeiten des Geistes wie das Grübeln oder Zweifeln entsprechen, dann reflektiert. Der originelle Ansatz der leibnizischen Metaphysik besteht darin, dass sie zum einen jene oben genannte Vereinigung mit einem Geist ganz platonisch als Idee auffasst, zum anderen aber die Ideen mit jenen Winkeln identifiziert, die bei der Ausstrahlung des mathematischen Mittelpunktes in die Peripherie gebildet werden. Was Leibniz unterlässt, ist eine anatomische Lokalisierung dieses ohnehin nicht empirisch erfassbaren Punktes. René Descartes, zur Erinnerung, verortete die Stelle, wo die Seele und der Körper aufeinander einwirken, in der Epiphyse oder Zirbeldrüse im Gehirn, erfüllt und umgeben von korpuskularen Lebensgeistern. Descartes schrieb, dass die Drüse, die der Hauptsitz der Seele ist, solcher Art zwischen den Hohlräumen aufgehängt ist, die diese Spiritus enthalten, dass sie durch sie auf ebenso viel verschiedene Weisen bewegt werden kann, wie es wahrnehmbare Verschiedenheiten an den Objekten gibt. Aber die Drüse auch durch die Seele verschieden bewegt werden kann. Um das Jahr 1670 schreibt auch Leibniz, dass die Seele im menschlichen Körper nicht mit sämtlichen Korpuskeln vereint sei, da sich ja diese ständig veränderten, dass die Seele aber fest und untrennbar der Mitte des Gehirns inne wohne. Allerdings hütet sich Leibniz, den Punkt der Geistseele wie Descartes in einem bestimmten Gehirnorgan zu lokalisieren. Leibniz bemerkt, dass die Substanz des Körpers bzw. das darin enthaltene Prinzip der Tätigkeit in mehreren Orten sein könne, weil es ja unkörperlich, immateriell sei, wenngleich der ungeteilte Körper eben nicht in mehreren Orten zu sein vermöge. Vor dem Hintergrund des vom jungen Leibniz erdachten metaphysischen Modells um das es zuletzt ging, springen wir nun biografisch wieder voran zu seiner Schrift »Die Transubstantiatione«. In dieser Schrift lässt sich der größte Erfolg der theologischen Argumentation des jungen Leibniz lesen, und zwar in der Vereinbarung der religiösen Lehre mit den sinnlich wahrnehmbaren Phänomenen. Der undurchdringliche Körper bleibt also als begriffliches Fundament der Naturphilosophie erhalten. Die Transubstantiation wird mit dem Wirken des Geistes, nämlich dem Denken des Geistes, gelöst. Dementsprechend schreibe Leibniz »Jedes Wirken des Geistes ist Denken.« Der Geist kann viele Dinge zugleich denken, deshalb kann der Geist durch seine Operation an vielen Orten gleichzeitig sein. Weiter voran im Werdegang des immer noch jungen Mannes wird deutlich, an wie vielen Orten der wirkende Geist zugleich sein kann, nämlich überall. Um das Jahr 1678 erfolgt eine der folgenschwersten Selbstkorrekturen, die Leibniz zwischen seiner frühen Konzeption des geistigen Punktes und seiner ausgereiften Monadenlehre vornimmt. Und zwar durch eine Abkehr von jenem metaphysischen Dualismus von Descartes, in dem er zuvor befangen war. Dieser Dualismus hatte Leibniz dazu verleitet, das Universum zu unterteilen, in denkende, empfindsame Geister und ausgedehnte, empfindungslose Materie , zu welcher er letztlich auch Tiere zählte. Infolge seiner Selbstkorrektur und der Wiederbeselung der Welt schreibt Leibniz vereinfacht jeder einzelnen geschaffenen Substanz eine eigene Kausalität zu. Ein eigenes, aktives, dynamisches Prinzip, ein Streben, im französischen Appétit, nach Veränderung. Ebenso zeichnet jeder Zustand einer Monade einen spezifischen geistigen Zustand aus, eine Vorstellung, Perception. Appétit, Perception. So bewirke die Verbindung und Anpassung aller geschaffenen Dinge untereinander und eines jeden mit allen anderen, dass jede einfache Substanz Bezüge hat, welche alle anderen ausdrücken. Kraft der Appétition, also des Strebens nach Veränderung, und der Perzeptionen, der Vorstellungen. So kann Leibniz sagen, dass jede einfache Substanz ein lebendiger, immerwährender Spiegel des Universums sei. Die Differenzierung zwischen Menschen und Tieren bleibt derweil erhalten. Leibniz unterscheidet einfache Monaden, Tiermonaden und rationale Monaden. Die einfachen Monaden repräsentieren lediglich unbewusst das Universum. Die Tiermonaden sind bereits zu assoziativen Verknüpfungen in der Lage und können sich deshalb in der Umwelt orientieren und lernen. Nur die rationalen Monaden verfügen über Selbstbewusstsein, über die Fähigkeit zum reflexiven Bezug auf die eigenen geistigen Zustände als Zustände ihres Geistes. Die rationalen Monaden kommen den Menschen zu. Als Oberbegriff für sowohl bewusste als auch unbewusste Zustände lassen sich Perzeptionen nun nach Geraden bestimmen. Dabei spielt jene kathesische Unterscheidung von dunkler hin zu klarer und deutlicher Erkenntnis eine Rolle, die Leibniz präzisierte, um sie nun zugleich als Differenzierung von Monadenzuständen zu sehen. Über die Begriffe klar und deutlich sowie Leibniz' Erklärung derselben spreche ich im Beitrag über Descartes' dritte Meditation – unten verlinkt. Aus Leibniz' Präzisierung dieser Begriffe ergibt sich jedenfalls eine Hierarchie – von völlig dunklen, sozusagen schlummernden Monaden hin zu Monaden, deren Perzeption deutlicher ist und von Gedächtnis begleitet. Allein eine Monade, die einer bewussten und deutlichen Perzeption fähig ist, sei gemäß § 29 der Monadologie richtigerweise als eine Seele bezeichnet. Körper sind für Leibniz wiederum einfache Monaden, die uns auf bestimmte Weise erscheinen. Die empirische Realität ist somit eine repräsentationale oder phänomenale Realität. Wie sich etwa die Phänomene des Organischen beschreiben lassen, das hängt mit Leibniz' Konzept der Formentstehung zusammen, das hier nicht ausgeführt werden soll. Wichtig ist, dass es auf Aristoteles' Begriff der ersten Materie basiert. Gibt es nun ein Erstes, was nicht erst noch nach einem Anderen als aus diesem bestehend bezeichnet wird, so ist dies Erster Stoff, aus dem alle Elemente Erde, Wasser, Luft, Feuer und Körper hervorgehen. 1703, also viele Jahre nach seinem Sinneswandel, hat Leibniz eine Gliederung vom Einfachen zum Zusammengesetzten formuliert. Die geht wie folgt. 1. Seele bzw. Geist, also der mathematische Punkt oder das psychische Prinzip der tätigen ursprünglichen Kraft. 2. Erstmaterie oder leidende ursprüngliche Kraft, also der physische Punkt. 3. Monade oder einfache Substanz, der metaphysische Punkt, der als unauflösliche Einheit von mathematischem und physischem Punkt eine vollständige Substanz bildet. 4. Anorganische Körper, als ein bloß äußerliches Aggregat von Monaden. 5. Organische Körper bzw. Lebewesen, das aufgrund seiner lebenslang sich behauptenden, flukturierenden Identität in einem laxeren Sinne als körperliche oder zusammengesetzte Substanz bezeichnet werden kann. Soweit ein paar Grundlagen, die Leibniz Ansatz zur psychophysischen Wechselwirkung erhellen sollen. Es bleibt die Frage, wenn den geschaffenen Substanzen eine eigene Kausalität zukommt, ob und wie sich Körper und Geist gegenseitig kausal beeinflussen. Zumal ein weiteres Merkmal der Monaden ist, dass sie keine Fenster haben, durch die etwas in sie hineintreten oder etwas sie verlassen könnte. Leibniz Antwort auf die Frage nach den psychophysischen Zusammenhängen ist das System der präetablierten Harmonie. Die präetablierte Harmonie soll die Verbindung zwischen körperlichen und geistigen oder mentalen Vorgängen beschreiben und erklären. Um dieser Doppelfunktion gerecht zu werden, ergibt es Sinn, das System in zwei Schritten zu hinterfragen. Dabei erschließt sich die Fensterlosigkeit der Monaden mit dem Substantiv der Harmonie, als ein Schlüsselbegriff der leibnizischen Lehre und zentraler Teil dessen, was diese beschreibt. Die kontinuierliche Erschaffung der Monaden wiederum hängt eng mit dem Adjektiv präetabliert zusammen, als Teil dessen, wie er zu erklären ist, der psychophysische Parallelismus, den Leibniz proklamiert. Er stellt aus heutiger Sicht eine von vier einflussreichen Theorien dar, die zum Körper-Geist-Zusammenspiel in der westlichen Philosophiegeschichte entwickelt worden sind. Die jüngste Position in dieser Geschichte ist der Epiphenomenalismus. Kurzer Exkurs. Der Epiphenomenalismus besagt, dass das Mentale ontologisch vom Physikalischen verschieden ist und der physikalische Bereich kausal und nomologisch, d.h. durch die Verbindung von Aussagen herleitbar oder theoretisch, vollständig sei. Es gibt hinreichende physikalische Bedingungen für alles Mentale. Das Mentale kann jedoch seinerseits nichts bewirken. Weder etwas Physikalisches, angesichts der kausalen Vollständigkeit des physikalischen Bereichs, noch etwas anderes Mentales, angesichts dessen, dass es hinreichende physikalische Bedingungen für alles Mentale gibt und kein Prinzip der kausalen oder normologischen Vollständigkeit für den mentalen Bereich gilt. In Ansgar Beckermanns analytischer Einführung in die Philosophie des Geistes, da heißt es zum Epiphenomenalismus, Zustände im Geist einer Person werden zwar durch Zustände in ihrem Körper verursacht, haben aber selbst niemals Wirkungen auf ihren Körper. Der Epiphenomenalismus wurde unter anderem von dem britischen Biologen Thomas Henry Huxley beschrieben, im Zuge naturwissenschaftlicher Erkenntnisse des 19. Jahrhunderts. Doch bis dahin waren es seit der Neuzeit drei maßgebliche mögliche Antworten zu der Frage nach den psychophysischen Zusammenhängen. Wie im vorausgegangenen Beitrag über die Kritik an Descartes bereits gesagt, geht eines dieser drei Systeme auf Leibniz selbst zurück. So wie der Okkasionalismus einst als Alternative zu Descartes' Influktionismus angetreten war, so sollte der Parallelismus von Leibniz sowohl die Schwierigkeiten der einen als auch der anderen Theorie überwinden. Der psychophysische Parallelismus bezeichnet die Annahme, dass es einen systematischen Zusammenhang gibt zwischen den Zuständen im Körper einer Person und den Zuständen in ihrem Geiste, mit Gott als derjenigen Instanz, welche die jeweiligen Zustände synchronisiert. Doch worin besteht die behauptete Parallelität im Sinne eines solchen systematischen Zusammenhangs genau? Die These vom mittelbaren Einfluss. Wenn Leibniz die Monaden als fensterlos bezeichnet, dann ist ihm nicht daran gelegen, jegliche kausale Beziehung zwischen den Substanzen zu leugnen, sondern lediglich eine bestimmte Art von Einfluss, den er den realen, natürlichen oder physischen nennt. Wohl aber betont Leibniz einen idealen Einfluss, der nur durch die Intervention Gottes möglich wird. Dass eine unmittelbare Wechselwirkung zwischen den Substanzen problembehaftet ist, das bewies der Ansatz von Descartes. Worin nun die Schwierigkeiten einer mittelbaren Wechselwirkung bestehen? Das zeigt ein näherer Blick auf den Ansatz von Leibniz. Zunächst darf der ideale Einfluss nicht als imaginärer missverstanden werden, sondern als ein Einfluss jenseits des physischen, d. h. metaphysisch. Jede monade oder einfache Substanz enthält eine aktive Kraft im unveränderlichen mathematischen Punkt der Seele und eine passive Kraft im affizierbaren physischen Punkt der Erstmaterie. Gegenüber Königin Sophie Charlotte zweifelt Leibniz, ob man sagen kann, dass eine Seele auf eine andere Seele oder auf die Aktivität einer anderen Substanz wirkt. Tatsächlich kann der mathematische Punkt einer Monade aufgrund seiner Immaterialität nicht auf den mathematischen Punkt einer anderen Monade einwirken. Das schließt jedoch nicht aus, dass die Erstmaterie, die den seelischen Mittelpunkt einer Monade umgibt, sehr wohl von außen und d. h. mittelbar von den Wirkungen anderer Monaden affiziert wird. Solche Einwirkungen sind sogar konstitutiv für die als lebendiger Spiegel des Universums verstandene Monade, da sie ja sonst dem paradoxen Bild eines leeren Spiegels entsprechen würde. Stattdessen bilde jede einfache Substanz das Zentrum einer zusammengesetzten Substanz, etwa eines Lebewesens, und sei von einer aus unendlich vielen anderen Monaden bestehenden Masse umgeben, die den eigenen Körper dieser Zentralmonade bilden und durch dessen Affektionen sie die äußeren Dinge vorstellt und spiegelt. Weitergeleitet werden diese Affektionen, indem sich die leibliche Bewegungskette ins Körperinnere hinein fortpflanzt und schließlich auch die Erstmaterie der Zentralmonade affiziert. Hier kommt die Kausalkette zum Abschluss, indem der monadische Mittelpunkt oder die Seele, die Leibniz als einen spirituellen oder immateriellen Automaten bezeichnet, die Affektionen der Erstmaterie spontan in genuin seelische Tätigkeiten, nämlich Perzeptionen, übersetzt. Dies ist kein Einfluss von außen nach innen, sondern eine von innen heraus erfolgende Beantwortung eines externen Reizes in der Gestalt einer Repräsentation. So verstanden besteht keine intersubstanziale, sondern eine indirekte Kausalität zwischen den fensterlosen Monaden, vermittelt durch die Erstmaterie als fester Bestandteil einer jeden Monade. Deren Seelen wiederum reagieren nicht aufeinander und verständigen sich nicht miteinander, sondern agieren spontan und nur unmittelbar veranlasst durcheinander. Dabei ist es gerade die zur Monade gehörende Erstmaterie, in der die eigentümlichen Vermittlungsleistungen in den beschriebenen Kausalketten liegen. Kausalketten also, die von Monaden ausgelöst sein mögen, in ihrer Entfaltung jedoch streng dem Prinzip einer kosmischen Harmonie folgen. Die These vom kosmischen Mechanismus Der Begriff Harmonie war für Leibniz seit jeher religiös konnotiert und ist im höchsten Maße sinnstiftend aufzufassen. Denn Gott habe zu keinem anderen End die vernünftigen Kreaturen geschaffen, als dass sie zu einem Spiegel dieneten, darin seine unendliche Harmonie auf unendliche Weise in etwas vervielfältiget würde. Hier hat übrigens nicht meine Tastatur geklemmt, so schreibt der Herr Leibniz zuweilen. Die Spiegelfunktion geht übrigens so weit, dass die Geister auch noch Bilder der Gottheit oder des Urhebers der Natur selbst sind, was jede vernunftbegabte Seele zu einer kleinen Gottheit macht. Das Zustandekommen bzw. Bestehen der Harmonie als präetablierte Harmonie steht im Kontext mit der Erschaffung einfacher Substanzen. In der Monadologie argumentiert Leibniz sinngemäß wie folgt. Zwar wurde die Monade als vollständige Substanz beschrieben, die als unauflösliche Einheit von mathematischem und physischem Punkt ja durchaus Teile zu haben scheint, doch diese haben bei genauerer Betrachtung ihrer Vereinigung in einem Schnittpunkt keinen räumlichen Abstand zueinander. Monaden sind also deshalb unvergänglich, weil ein zwischen mathematischem und physischem Punkt liegender Schnittpunkt prinzipiell nicht zerteilt werden kann, da eine Teilung des physischen Punktes stets in neuen Schnittpunkten resultieren würde. Nun zum Entstehen der Monaden. Gott allein sei laut Leibniz die anfängliche Einheit oder die ursprüngliche einfache Substanz, von der alle geschaffenen oder abgeleiteten Monaden Hervorbringungen sind. Die Monaden entstehen sozusagen aus den kontinuierlichen Zuckungen oder als ständige blitzartige Ausstrahlung der Göttlichkeit, und zwar in jedem Moment. Darin klingt das Gleichnis des perfekten Uhrmachers an, der Leib und Seele synchronisiert hat wie zwei Uhren. Doch damit schiene Leibniz bemerkenswert nahe an der Idee des Okkasionalismus zu sein, die er kritisiert hat für die implizite Annahme eines eben nicht perfekten Uhrmachers. Denn was wäre bitte perfekt daran, ständig ins eigene Werk eingreifen zu müssen? Die These von Gottes kontinuierlicher Beteiligung. Der kontinuierliche, kosmische Mechanismus ist nicht etwa von Gott abgekoppelt, wie zum Beispiel ein Uhrwerk nach seiner Herstellung vom Uhrmacher abgetrennt ist. Vielmehr bleibe Gott an diesem selbst erschaffenen Mechanismus, der mit seiner Mitwirkung an der Welt sozusagen identisch ist, aktiv und fortlaufend beteiligt. Er bleibt, anders als im Okkasionalismus, seinem Werk immanent, innewohnend, und zwar seit Anbeginn. Der Begriff der präetablierten Harmonie weist darauf hin, dass es einen Zeitpunkt vor der Harmonie und ihrer Etablierung gegeben haben muss. Dieser Zeitpunkt fällt nach Leibniz auf die erste Schöpfung, d.h. nach Genesis 1-4 in die Phase zwischen der Erschaffung von Himmel und Erde und der Scheidung von Licht und Finsternis. Licht ist das Stichwort, das zur Hypothese des zirkulierenden Äthers und einem tieferen Verständnis der präetablierten Harmonie führt, das wiederum die gerade genannten Thesen zum psychophysischen Parallelismus erklärt. Dieser Parallelismus zeigt den mittelbaren und grundsätzlich einsehbaren Zusammenhang zwischen den Substanzen auf. Ohne hier tiefer auf die präetablierte Harmonie eingehen zu können, sollten damit doch die Gründe erkennbar sein, weshalb Leibniz seine Alternative entwickelt hat zu Descartes' Modell einer unmittelbaren und uneinsehbaren psychophysischen Wechselwirkung. Im Blog gibt's noch einen Absatz, in dem ich in vier Punkten die Plausibilität von Leibniz' Konzept überprüfe, hinsichtlich dessen, ob es die Probleme vermeiden konnte, die er bei Descartes gegeben sah. Hier sei abschließend nur der vierte Punkt kurz erwähnt, in dem es um Willensfreiheit geht. Eine Voraussetzung zur Willensfreiheit nämlich, die lässt Descartes letztendlich vermissen. Leibniz hingegen hat nicht weniger als seine Lebensaufgabe darin gesehen, die Vereinbarkeit der mechanischen Naturerklärung mit der Freiheit des Willens unter anderem zu erweisen. Trotz kontinuierlicher, göttlicher Mitwirkung am Weltgeschehen sieht Leibniz die Willensfreiheit als aktive, tätige, ursprüngliche Kraft ausdrücklich gegeben. Im mathematischen Punkt, in der Seele. In seiner Theodizee, da betont Leibniz, Die Verbindung der Ursachen mit den Wirkungen hat also durchaus keine unerträgliche sklavische Notwendigkeit zur Folge, sie gibt uns vielmehr ein Mittel zu ihrer Beseitigung. Die Alternative des berühmten Herrn Leibniz erweist sich als hinreichend plausibel, um Descartes' Modell zur psychophysischen Wechselwirkung abzulösen. Gleichsam ist die präetablierte Harmonie als Effekt des Lichtäthers und ihrerseits dunkles Theorem ebenso rätselhaft wie die Zirbeldrüsenhypothese von Descartes. Leibniz' Ansatz stellt aufgrund des Metaphysikums der Monade auch nicht in Aussicht, das dargelegte System je genug zu verstehen, um es als die notwendige oder einzig wahre Erklärung des Körper-Geist-Problems gelten zu lassen. Wie Leibniz einst schrieb, Der Laiber Orgelspiel, so kunstreich ist gefasst, das aller unser Witz vom kleinsten Tier erblasst. Damit sind wir am Ende des Beitrags angelangt, ich sag' vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.